Ich mag die Waffe. Hab ich glaube ich auch schon gesagt, oder? Und wisst ihr was? Ich mag die Waffe. Haha. Hä? Moment. Er ist noch nicht mal richtig rausgesprungen und das Raumschiff fliegt von weg? Ist aber ein schlechter Pilot. Ja, ich beeile mich. Der Techniker ist tot. Das wird nicht passieren. So. Speichern. Speichern nicht vergessen. Er hat noch Annäherungsminen. Hier habe ich noch einen Datenplätze untersuchen. Ach so hab ich Credits bekommen. So und weiterlaufen. Äh wir müssen denn jetzt lang. Wahrscheinlich in die andere Richtung hier wieder. Äh ne von da sind wir aber eigentlich gekommen. Das bezweifle ich. Ach ja danke für den Hinweis. Genau der letzte Checkpunkt wurde gesprengt. Richtig. Das Problem hatte ich in der Demo auch schon. Dass ich irgendwie. Nachher als ich die Demo letzt Played habe irgendwie völlig vergessen habe. Oh. Ah. Oh. Oh. Cool. Die Waffe gefällt mir immer besser. Und. Ha ha ha. Ja. So. Oh. Die Waffe gefällt mir auf jeden Fall so unendlich Munition und so. Und vor allem du kannst die Gegner spurlos beseitigen. Haha. Fällt doch noch nicht mal so auf. Das ist nur so ein komischer. Äh blaue Grütze irgendwie da unten. Aber. Ja. Es ist halt ein Putzmittel. Was ausgelaufen ist. Ja. 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 Den Kiri kennt man aus dem ersten Teil. Doch. Ersten Teil. Genau. Da aus einer Mission. Da kann man ja ganze Massen vernichten hier. Ja. Und die Waffe hätte ich auch gerne die der Kiri hier da hat. Verdammt. Ja. Ja. Dann machen wir hier mal. Äh. Schmettern. Antiklar. Dunkler Kanal. Oder wie das siehst. Wie ist das? Dunkler Kanal. Ja. Sieht ganz geil aus. Das überlasten wir mal. Ihn töten wir dann mit der Partikelknarre. Ihn da auch wenn er dann mal rauskommen würde. Verdammt. Ja. Eine Antigravitationsgranate. Sehr schön. Haha. Dann nochmal speichern. Speichern gut. Speichern gut. Speichern kann man nicht oft genug. So. Und hier ab durch die Tür. Dum dum. Authentifiziert. Juhu. So. Und hier durch. Speichern. Äh. Irgendwie war hier unten gerade meine Maus hatte ich gesehen. Ist das behoben? Ja. Ist behoben. Nicht dass ich hier gleich klicke und auf den Desktop fliege. Okay. Alles in Ordnung. So. Verdammt. Durch die Tür kommt man natürlich nicht durch. Wäre auch zu schön gewesen. Ähm. Achter kann man auch die andere Munition reinladen. Das ist ja cool. Ähm. Kriegen die halt Granaten. Hier. Gut Hunger. Verdammt. Ähm. Ja. Dann machte ich hier mal den dunklen Kanal wieder drauf gehen. Ähm. Ja. Gut dass du im Weg rum stehst Gareth. Naja. Oder war das Gareth? Ja. Ne. Das war der. Äh. Wie hieß der? Jarvid oder sowas. Ha. Wunderbar gefällt mir. Ähm. Brand Munition. Können wir das hier noch mitnehmen. Ja. Das ist doch los stechen. Ich hab' nach vorne. Oh. Ja. Vielleicht ein bisschen nervig wie man die ganze Zeit immer klickt wie ich das gerade ihm gemacht hab. Aber muss da einfach mal sein. Ganz lustig. Ja ich komm doch schon. Äh hier lang überhaupt? Moment. Verdammt aber hier gibts noch was. Sentry Interface. muss mir nachher man gucken so wie was war da irgendwie jede treppe mal wieder hoch ich glaube doch dahin muss doch ach ja ich bin doch blöd wir sind auch man diese scanner natürlich umgehen ja ja genau jetzt weiß ich ja der speichern zimmer ist reinhalten einfach dann was tut man schon ja waffe wieder kühlen ja brennen sollst du du auch ich glaube die Partikel Waffe ist bestimmt ganz praktisch gegen den Roboter oder gegen die Roboter eher gesagt ach so ja das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal in dem ob ich da noch nie so drauf geachtet die hängen ja nur so auf halber Höhe da Strom einschalten Skorpion äh Bewaffnung ändern ruhig mal kurz rein was waren die Skorpion? Achso Skorpion das ist eine Pistole aha das ist diese tolle Jo, die Gewicht ist mir jetzt mal dafür egal dann geil mag ich die sind ja geil sind ja nur geile Waffen hier ja ich helfe euch ja schon ich helfe euch ja schon hol ich die Skorpion mal wieder raus hier hier frisst das das ist immer ne Sauerei naja ich muss ja nicht sauber machen dürfen die Putzen machen das ist wie geht's wie geht's wie geht's die Erdnacht ist die nicht mehr das diese muss wird wichtig Und da kommt Cyberless schon wieder. Hier, fress das. Ah, Granate. Ja, ich weiß, dass ich hier auch gerade selber Granaten abschieße, aber ich mache eine Granate vom Gegner. Hier, kleine Sauerei wieder. Jawohl. Yummy. Nehmen wir wieder die Partikelwaffe hier. So, und hier rüber. Zack. Die Leiter hoch. Ähm, ja, ich werde auch gleich, ja, eine, glaube ich, eine Hauptmission nochmal machen, oder? Muss ich gleich nochmal schauen. Oder vielleicht mache ich auch wieder eine Aufklärmepause. Da unten ist noch einer hier. Hallo. Kommt doch nicht weg. Ich will dir doch gar nichts. Na gut, vielleicht noch ein bisschen. So, mal so ein Messer rein oder so. So, einmal kurz entlüften hier. Damit sie nicht wieder so stinkt. Zack. Aua. Ha. Hat er auch? Ja, er hat auch die Partikel. Ne, er hat gar keine Partikelkanone. Kann ich ihm gleich mal geben. Speichern. Speichern. Und aktivieren. Du musst sie verabschieden, Herr Commander. Die Partikel wird dann in die Laufaufgabe. Wir werden dich rauskriegen. Wir werden dich rauskriegen. Ach, hier sind wir ja auch am Anfang reingekommen. Ja, jetzt wisst ihr auch, warum ich gesagt habe, äh, den Roboter. Für die, die meinen Demo-Let's-Play nicht gesehen haben. Aber jetzt habe ich ja die tolle Partikel-Waffe. Ja, ist ja gut. So. Hallo, Robi. Das ist eine riesige Feuerkraft. Vielleicht können wir es öffnen. Es kann nicht sein, vielleicht. So, ein Granaten. Achso, ich hatte auch noch die falsche Munition drinne hier. Komm schon. So, einmal ein Lüften hier. Was war das denn? Und normale Cerberus-Einheiten sind da auch noch. Na toll. Die kommen auch immer mit dem Roboter. Ich habe ja gesagt, die Waffe ist richtig gut gegen die. Was ich die hier auflädt. Hier einmal rüber. Hallo. Und ich bin Stufe 37. Und ich bin hier aufgerollt. Let's make this quick. Let's get you out of there. I can handle myself, Rex. Women. Why is Cerberus here? What do you want? Tja, tot ist er. Getötet von einer Frau. No. No.